Hallo meine Freunde auf MaverickTV, ich bin hier kurz vor dem Rasieren, aber ich habe eine ganz wichtige Info für euch. Und zwar auf HackmagTV gibt es eine Abstimmung. Und zwar unter dem Video ist der Link zu der Abstimmung und da ist eine Kategorie, wo ich gewinnen kann. Und ihr wisst, MaverickArmy muss sofort rasieren. Unsere Gegner sind Manuelsen, Kollegah und Sayed Mohamed. Bis jetzt liegt Maverick gut in Führung. Wir bauen diese Führung jetzt aus, meine Freunde. Klickt auf diesen Link unter dem Video, sucht dann die Kategorie, wo ihr Maverick seht und drückt mit einem Häkchen und Vote Bestätigung auf Maverick. Ja, ist meine erste Abstimmung im Rap-Business und ich will sofort zeigen, wo der polnische Pfeffer wächst hier und gleich siegreich diese Veranstaltung gestalten, meine Freunde. In diesem Sinne, danke für jeden, der votet. Peace out, MaverickArmy.